Maritim präsentiert eine Steinhardt-Produktion. Es geht um das Phantom. Sie meinen den Picasso-Raub? Vor fünf Stunden wurde auch ein Rubin entwendet. Aber diese zwei Raubzüge, die waren einfach perfekt. Zu perfekt. Als könnte das Phantom in die Zukunft sehen oder so. Dann sagte es und nochmal fünf Minuten Flash. Flash. Wie ein Blitzlicht. Ab da ist jede Erinnerung weg. Es hat die Leitung gekappt. Alpha 1 an alle. Alarmstufe rot. Das Zielobjekt hat die Überwachung abgeschnitten. Übermorgen hält sich der Präsident im World of Astoria auf. Krass. Jetzt will das Phantom es aber echt wissen, was? Diesmal wurden die Wachmänner nicht betäubt. Beide tot. Nein. Sie verstehen nicht. Wir müssen Detective Hornbuckle sprechen. Es ist wichtig. Was? Haben Sie überhaupt die geringste Ahnung, was hier los ist? Vor einer Stunde bekamen wir postalisch eine Ankündigung des Phantoms. Heute Nacht um 23 Uhr. Schlägt es wieder zu. Mein Gott. Aber diese bunten Gewächse treffen einfach nicht die richtigen Töne. Alles schief. Ja, furchtbar. Ich kenne das. Die junge Dame hier nennt das Death Metal. Aber da hätte man ein gut. Und für andere Töne time. Ja, es ist die Rektion. Hard Metal.